Ist der Hype um Dividenden hier in Deutschland mittlerweile zu extrem? Das frage ich gleich Dividendenpapst Christian Röhl. Hi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Christian Röhl bei mir zu Gast, der Dividendenpapst schlechthin hier in Deutschland. Und worüber sprechen wir dann heute wohl? Na klar, über Dividenden. Zum einen über seine diesjährige Dividendenstudie, zum anderen natürlich über spannende Dividendenaktien. Aber wir werden auch beleuchten, warum Christian mittlerweile sagt, ja, dieser Hype um Dividenden, um passives Einkommen, das ist mir ein bisschen zu viel geworden. Was er damit meint, das finden wir gleich heraus. Das werde ich ihn gleich fragen. Verlieren wir keine Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Gespräch mit Christian Röhl. Hi Christian, schön, dass du da bist. Hi Timo, schön, dass ich da sein darf und alles Gute für deinen neuen Kanal. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn du hier vorbeischneißt bei mir zum Interview. Christian, du genießt ja in der Dividenden-Community ziemlich einen Kultstatus. Also das liegt ja einerseits an dieser jährlichen Dividendenstudie, sehr umfangreich, sehr gut, die du rausbringst. Und andererseits natürlich auch an deinem Buch Cool bleiben und Dividenden kassieren. Jetzt habe ich neulich aber ein Interview von dir wahrgenommen, wo du dich so ein bisschen dividendenkritisch geäußert hast. Ja, also der Tenor war dieser Dividenden-Fetisch, der wird dir ein bisschen zu arg. Woran liegt es? Was ist da los? Ja, weiß nicht. Also manchmal denke ich mir, habe ich etwa Geister gerufen mit dem Buch, die ich noch nicht mehr loswerde. Ich glaube eigentlich nicht, weil ich hatte schon in Cool bleiben und Dividenden kassieren sehr, sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass die Maximierung von kurzfristigen Ausschüttungsrenditen langfristig den Total Return eigentlich eher gefährdet, dass man aufpassen muss, dass Dividende eben nicht zum Fetisch wird, dass man nicht Dividende jagen soll, also 5% hier, 6% da, sondern dass man Dividende eher nutzt, um nachhaltige unternehmerische Qualität zu erkennen und dann weiter zu prüfen. Und jetzt sehe ich aber natürlich auch manche Posts, in denen dann also wirklich wieder die Dividendenjagd gefeiert wird. Und wo gibt es am meisten, das ist ja dann auch so eine schöne Formulierung, die dicksten Dividenden Deutschlands und auch dann diese Fetischisierung, was zum Beispiel Auszahlungstermine angeht. Also wenn jemand schreibt, ich brauche noch einen Quartalszahler im März und danach dann Aktien auswählt, dann wird es wirklich kritisch, dann kann ja sicherlich nicht ein Kriterium sein für ein Unternehmen, in das man investiert, in das man sein Geld gibt, wann das denn seine Gewinnbeteiligung überweist. Das würde ja dann auch heißen, dass man das Unternehmen unter Umständen aus dem Portfolio kicken muss, wenn es mal den Dividendenzyklus und den Dividendenterminplan ändert. Also deswegen sage ich, Dividende ist natürlich ganz großartig, insbesondere dann, wenn sie auch jedes Jahr aufs Neue erwirtschaftet wird operativ. Aber Dividende darf kein Fetisch sein. Übrigens ähnlich wie auch passives Investieren oder Wachstum oder Ten-Bagger oder ähnliche Narrative nicht zum Fetisch werden dürfen. Also das heißt, ich höre da raus, so Musterportfolios, jeden Monat Dividende, das ist nichts für dich. Naja, also wenn sich das durch den Zufall oder durch die Breite der Diversifikation ergibt, dann ist das doch natürlich ein ganz netter Nebeneffekt. Man sollte da sehr genau zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden. Wenn ich mir ein breit diversifiziertes Einzelaktienportfolio zusammenstelle und wenn ich da insbesondere, was man ja auch tun sollte, einen internationalen Fokus habe, wo natürlich immer dann ein Schwerpunkt USA ist, müssen ja nicht wie im MSCI World gleich zwei Drittel sein, aber 45, 50 Prozent auch. Wenn man dann mal 30 Werte zusammen hat, dann muss es schon mit dem Teufel zugehen, wenn man nicht jeden Monat irgendwo Dividende bekommt. Und eigentlich, also bei 30 Werten ist schon fast jede Woche eine Dividendenwoche dabei. Das ist das, was ich immer monetärer Nieselregen nenne. Das passiert dann sozusagen im Vorübergehen, en passant, ohne dass man sich da wirklich drauf fokussieren muss. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ich stelle mir mein Portfolio zusammen, danach, wer wann zahlt, dann wird es kritisch. Ja, auch bei der ETF-Auswahl kann ich natürlich, wenn ich zwei gleichartige ETFs habe, sagen, okay, ich will jetzt auf jeden Fall ein MSCI World haben. Und der eine MSCI World schüttet aus immer im dritten Monat des Quartals, der andere schüttet im zweiten aus und ich habe bislang meine Dividenden alle schon im dritten und ich möchte das ein bisschen vorziehen, weil ich mich damit wohler fühle. Und der Fonds ist auch sonst genauso gut, also insbesondere nur was so Themen wie Tracking Error angeht. Dann kann man natürlich auch sagen, okay, dann nehme ich den, der vom Rhythmus passt. Aber bei der Auswahl muss die Frage, wann wird ausgeschüttet, zu welchem Termin, absolut unbedeutend sein, weil da so viele Kriterien vorher kommen, bei Aktien insbesondere, aber bitte auch bei ETFs. Sag mal, hast du eine rationale Erklärung, woher dieser, ich sage jetzt mal, Dividendenfetisch kommt? Also ist das so ein Ausläufer dafür oder so ein Signal dafür, dass die Deutschen halt eben doch so ein extremes Sicherheitsbedürftes haben und wo früher das Tagesgeld, das Sparkonto, die halt regelmäßig oder zumindest einmal im Jahr Ausschüttungen dann geliefert hat, müssen es jetzt halt die Dividendenaktien sein? Naja, das würde ja auch dann bedingen, dass man jetzt dann Renaissance wieder bei den Anleihen sieht, weil zumindest kurzfristig sind die Anleihenrenditen ja höher als vieles, was man an Dividendenrenditen sieht. Wir kriegen in Deutschland jetzt hier auf ein Jahr so knapp an die 3% und so viele gute Aktien mit 3% Dividendenrendite gibt es nun auch nicht. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob das typisch deutsch ist oder ob das nicht einfach so ist, dass wenn man mal etwas verinnerlicht hat, was grundsätzlich positiv ist, nämlich diesen Effekt über Ausschüttungen permanent etwas zurückzubekommen, Rückflüsse zu sehen auf seine Investitionen, dass man das dann irgendwie etwas übersteigert. Wollen wir uns nichts vormachen, also Dividenden haben ja viele Seiten. Aus der Seite der Unternehmensfinanzierung, also aus der Innensicht des Unternehmens geht es da um Kapitaldisziplin, dadurch geht es auch um Entscheidungs- und Managementdisziplin, das ist das eine. Aus Sicht des Anlegers ist natürlich ein wichtiges Thema, nicht nur die Partizipation, die Gewinnbeteiligung, sondern auch dieser Belohnungseffekt. Man hat Geld investiert, das kommt halt etwas zurück und ist völlig egal, ob wir da jetzt über die einzelne Dividende einer Aktie sprechen oder ob wir da über die Ausschüttung eines ETFs sprechen. Es ist nicht so, dass man sein Geld weggegeben hat und es wird dann hoffentlich mehr, sondern man kriegt halt was zurück und das ist ein positiver Effekt und das hilft auch dann beim Durchhalten. Ich habe das letztens schon in einem Interview verglichen mit dem Marathonlaufen. Da läuft man auch nicht von 0 bis 42,195 Kilometer durch, sondern da sind überall immer Erfrischungsstationen, wo man dann mal kurz wieder einen Energieriegel kriegt oder was trinken kann. So ähnlich ist so eine Dividende. Das hilft natürlich beim Durchhalten. Man darf halt nur diesen Belohnungseffekt nicht übertreiben. Beim Marathon gehst du ja auch nicht an jede Erfrischungsstation, bleibst du erstmal stehen und pumpst einen Liter Wasser ab. Wenn du das machst, kommst du halt irgendwann kurz vor der Kehrmaschine ins Ziel. Ähnlich ist das so, wenn ich also jetzt diesen Belohnungseffekt durch Dividenden wirklich übertreibe und das sieht man ja auch an Produkten, die bewusst das tun. Das Extrembeispiel da ist ja immer der Global X Super Dividend ETF, der in Deutschland noch gar nicht so lange am Markt ist, aber in den USA seit 2013. Und die Dividenden, die man dort bekommen hat, und da reden wir wirklich über Dividendenrenditen von jenseits der 10 Prozent, diese Dividendeneinnahmen haben nicht ausgereicht, um den Kursverfall zu kompensieren. Das heißt, das ist also nicht nur ein Nullsummenspiel, sondern sogar noch schlechter, während parallel die Aktienmärkte über die letzten zehn Jahre deutlich zugenommen haben. Und das muss Warnung sein, zu sagen, okay, Dividende, super Geschichte, sowohl im Unternehmen als auch aus Anlegersicht. Ausschüttung kann extrem helfen, auch beim ETF durchzuhalten und den Belohnungseffekt zu bedienen. Aber bitte, bitte nicht übertreiben. Und dieses bitte, bitte nicht übertreiben, das gilt eben dann nicht nur für Dividende, sondern das gilt dann auch für alle anderen eigentlich im Kern positiven Themen, die dann übersteigert werden und quasi zu so einer Religion stilisiert werden. Egal, ob das jetzt passives Investieren ist oder Tenics, DNA und Tenbagger oder alles. Das ist mit Maß und Ziel alles fein, aber wenn man das dann zur alleinigen Guideline fürs Portfolio macht, dann vergisst man eigentlich die wichtigste Regel der Portfoliodiversifikation. Denn Nobelpreisträger Markowitz hat uns gelehrt, ein gutes Portfolio ist eine ausbalancierte Einheit. Und wenn ich überall mit der Flinte rumrenne und sage, ich will 6% Dividendenrendite, dann ist das alles aber nicht mehr ausbalanciert. Also ich glaube, zu dem Thema Dividende, da hast du einen riesigen Beitrag dazu geleistet, dass eben nicht nur die Dividendenrendite wichtig ist oder als wichtiges Kriterium angesehen wird, sondern dass da halt das Gesamtpaket wichtig ist. Also die Payout Ratio, die Kontinuität, das Wachstum. Ich glaube, das haben viele Privatanleger verstanden und ich glaube, dein Beitrag ist da nicht zu unterschätzen. Aber auf der anderen Seite, ich nehme durchaus wahr, dass auf Instagram, teilweise auch auf YouTube, so ein gewisser Absolutismus in gewissen Dingen herrscht. Das ist eben ja auch schon ganz kurz angerissen, angesprochen. Also ich nehme zum Beispiel wahr, dass so ein Ding wie 70-30-Welt-Portfolio oder Krypto, dass das immer so dargestellt wird, als wäre das die einzige heilsbringende Geldanlage-Möglichkeit, die einzige Strategie, mit der man sinnvoll investieren könnte. Und das halte ich für so ein bisschen bedenklich, weil ich glaube, Dogmen in der Geldanlage sind eigentlich immer kontraproduktiv, oder? Ja, muss ich auch sagen. Also vor allem, wenn das so religiös wird. Ich meine, wenn jemand mit 70-30 MSCI World, MSCI Emerging Markets sich gut aufgehoben fühlt, dann ist das doch eine feine Sache. Nichtsdestotrotz, auch wenn es in irgendeiner ETF-Bibel steht, darf man halt diese Mischung 70-30 jedes Jahr für sich wieder mal neu reflektieren. Glaubt man daran, dass dieses Konzept nach wie vor auch unter den jetzt geänderten politischen Rahmenbedingungen, da muss man wirklich sagen, haben wir eine Zeitenwende gesehen, so durchgezogen werden kann oder will man da nachjustieren? Und wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, ich habe mir das überlegt und ich glaube nach wie vor daran, 70-30 ist eine gute Sache. Ja, hey, dann zieh es doch durch, aber hab dann bitte Argumente dafür. Und das kann nicht das einzige Argument sein, ja, 70-30 muss man machen, weil es steht bei Komma. Das ist dann ein bisschen wenig, sondern man sollte sich selber entsprechend vergewissern, warum es macht und wenn jemand anders sagt, nee, also ich bin jetzt für mich zu dem Schluss gekommen, ich möchte nur noch in Regionen investieren, die sozusagen die freie Welt sind und da ist für mich eben dann China draußen, dann muss man halt die Konsequenz ziehen und dann kann man einen Ex-China ETF kaufen oder man kann sagen, na, also irgendwie habe ich auf diese ganzen Emerging Markets keine Lust, weil sie mir nicht zuverlässig genug erscheinen, weil es immer wieder Verbriefungsthemen sind, die Kapitalmärkte sind nicht komplett offen und letztendlich hängen ja auch die etablierten Unternehmen, die Unternehmen in den etablierten Ländern zu großen Teilen am Wachstum der Emerging Markets. Auch das ist eine plausible These. Man muss, glaube ich, etwas wegkommen von diesem Schwarz-Weiß und für sich finden, womit kommt man gut klar. Ja, natürlich, es ist sehr einfach, wenn man eine solche Regel hat, 70-30, Rebalancing, feine Sache und wenn man sich damit wohlfühlt, warum sollte man es denn lassen? Das ist doch gut, ja, da kann ich nur immer wieder Bogle zitieren, ja, was ist die größte Gefahr, wenn du einen guten Plan hast? Der perfekte Plan, ja, also bleib lieber bei dem Guten, statt ständig alles in Frage zu stellen, aber wer halt doch was in Frage stellt, der sollte es dann auch tun, der sollte es für sich selbst verargumentieren und egal zu welchem Schluss man kommt, man sollte daraus keine Religion machen. Das geht 70-30, das gilt für das ewige Thema Wachstum versus Dividende, das gilt für einzelne Aktien, ja, so wie Tesla, das habe ich ja schon vor ein paar Jahren gesagt, beim Thomas Gehl, das ist keine Aktie, das ist eine Religion und ist seitdem viel schlimmer geworden noch und zwar in beide Richtungen, ja, also sowohl die Gläubigen der Tesla-Sekte als auch diejenigen, die dagegen sind, ja, ich glaube, wie nennt man sie? Ketzer, Heretiker, sonst keine Ahnung, es ist mir alles ein bisschen too much. Ja, 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 ich habe letztes Jahr mal sechs Monate lang ein Model 3 gefahren, ja, ich habe das mal ausgetestet, hat mir extrem viel Spaß gemacht, tolles Auto, aber gleichzeitig war ich trotzdem short bei der Tesla-Aktie, weil mir ein KUV von damals 15 dann doch ein bisschen zu extrem erschien, also das heißt, ich kann das zumindest für mich so ein bisschen ausschließen, dass ich da also weder in die eine noch in die andere Richtung neige. Das ist natürlich auch sowieso ein wichtiges Thema, ja, dass man als Investor immer eine gewisse Distanz zu den Unternehmen mitbringt, auch wenn man die Produkte mag, auch wenn man vielleicht Unternehmen von der ganzen Story, vom Geschäftsgebaren sehr mag, heißt das trotzdem, dass man sich nicht in das Unternehmen verlieben sollte und weiterhin kritisch seinen Investment Case im Auge behalten sollte. Also bei mir ist ja zum Beispiel sicherlich ein Unternehmen, was ich sehr mag, von den Produkten her, vom Management-Style her. LVMH. Ja, natürlich, ja, gebe ich gerne zu. Ich muss auch sagen, ich bin damit jetzt nicht schlecht gefahren die letzten Jahre, das hat sich ganz gut entwickelt. Nichtsdestotrotz schaue ich natürlich kritisch auf das Unternehmen. Umsatzentwicklung ist immer etwas, was ich mir anschaue, weil die wird ja am häufigsten gemeldet, zu sehen, okay, lahmt da irgendetwas in den Segmenten, da hat man zum Beispiel gesehen, also im Schmuckbereich, da hatte man wirklich auch mal Probleme. Da ist man jetzt endlich on track. Das sieht auch ganz gut aus, was Tiffany angeht. Und ansonsten die beiden großen Themen bei LVMH. Abseits der Frage, wird man dieses Wachstum mit der Exklusivität kombinieren können? Die beiden großen Themen sind natürlich, wie sieht es mit der Nachfolge von Bernard Arnault aus? Momentan lässt er ja seine Kinder quasi so gegeneinander antreten. Das kann sehr befruchtend sein. Das kann aber auch dazu führen, dass ein solches familiengeprägtes Unternehmen völlig verloddert. Das muss man auf der Agenda haben. Da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Und das andere Thema ist halt, wie sieht es auf der Finanzseite aus? Bislang haben Sie ein blitzsauberes Balance-Sheet. Und das sollte auch so bleiben. Also wenn da jetzt beispielsweise man anfangen würde, ausgerechnet in diesen Zeiten, wo wir jetzt wieder Zinsen haben, das mit Schulden vollzuladen, um dann Aktien zurückzukaufen oder irgendwelche Abenteuer zu finanzieren, wäre das sicherlich auch eine rote Flagge. Ja, absolut. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zu den, sagen wir mal so ein bisschen, ja Stichwort, Vorurteilen oder seltsame Entwicklungen in der Privatanleger-Community. Nicht böse gemeint übrigens, also sind erstmal nur Beobachtungen, die wir halt versuchen so ein bisschen einzuordnen und uns da halt so ein bisschen auszutauschen. Also mir ist zum Beispiel noch etwas aufgefallen, dass es ja immer heißt, rein rational an die Geldanlage rangehen. Also eben haben wir schon gesagt, du darfst dich nicht in eine Aktie verlieben, also nicht in die Tesla-Aktie verlieben und das dann als Halsbringer ansehen. Aber auf der anderen Seite gibt es also auch diejenigen, die sagen immer alles ganz rational, Daten, Fakten, Analyse, das ist der Case und ansonsten Emotionen komplett ausschalten. Meine These ist, dass das halt einfach Blödsinn ist, weil Geld ein super emotionales Gut ist und auch die Investmentreise, also das heißt die Entwicklung deines Portfolios, stark Emotionen evoziert. Also das heißt Emotionen kann man gar nicht ausschließen aus der Geldanlage, oder? Da bin ich absolut bei dir. Geld ist ein emotionales Gut, das ist gebundene Lebensenergie. Wir haben ja irgendwie dieses Geld erarbeitet und dann auf den Konsum verzichtet und haben gesagt, wir investieren es oder wenn wir es nicht waren, dann waren es unsere Eltern oder Großeltern, wenn wir es geerbt haben und dann wird dieses Geld mehr oder weniger, es liegt da irgendwie, es schwankt im Wert und das macht ja etwas mit uns. Folglich, na klar, wir müssen uns immer wieder dazu zwingen, rationale, fundierte, objektivierte Entscheidungen für unsere Geldanlage zu treffen, aber das ändert doch nichts daran, dass das Geld und unsere Beziehung zu dem Geld emotional bleibt. Und folglich auch, wir immer dieses Risiko haben, wenn wir uns emotional mit einem Depot, mit einer Investmententscheidung, so gut sie auch mathematisch nach Kennzahlen wirtschaftlich sein mag, wenn wir uns damit nicht wohlfühlen, dann haben wir ein Problem. Und zwar dann, wenn sich das Investment mal auch nur vorübergehend nicht so entwickelt, wie es eigentlich sein sollte und das ist halt bei den Aktienmärkten ja sozusagen Systemimmanent, denn wenn wir jetzt sagen, naja, wir haben 7% Durchschnittsrendite, dann haben wir das zwar über lange Zeiträume, aber eben nicht linear, sondern mit erheblichen Schwankungen, mit erheblichen Unterwasserphasen und in diesen Unterwasserphasen leiden wir. Und wenn wir uns da nicht wohlfühlen, dann gilt das, was Goethe mal so schön formuliert hat, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen. Dann werden wir nämlich am Ende die Rendite nicht bekommen, weil wir irgendwann, weil wir uns damit nicht wohlfühlen, höchstwahrscheinlich am schlechtesten Punkt verkaufen werden und sagen, nie wieder. Und diese Verluste, die kriegen wir dann unter Umständen gar nicht mehr rein. Es gibt Menschen, die schaffen das, die können ihre Emotionen komplett ausschalten, auch wenn es um Geld von der Oma geht oder sonst was. Die sind wirklich ultra rational in jedem Punkt. Ich würde mal sagen, das gilt so für etwa 20 bis 25% der Menschen. Aber es bleiben halt die anderen 75% und die gilt es halt da abzuholen, dass sie sich auch emotional mit rationalen Entscheidungen wohlfühlen. Denn sonst wird das irgendwann, wenn es mal schief läuft, nicht durchzuhalten sein. Was sind denn so Beispiele für Aktien bei dir, die dich emotional vielleicht irgendwie mal getriggert haben? Also entweder in eine sehr gute Richtung oder auch in eine recht schlechte Richtung. Hast du schon mal eine Aktie gekauft aus FOMO heraus? Habe ich eine Aktie aus FOMO herausgekauft? Ja, also wenn, dann waren das immer so Kleinigkeiten fürs Venture Depot. Ja, und ich hatte sehr häufig, gerade dann 2021 noch das Glück, dass die FOMO noch rechtzeitig einsetzte, dass man damals noch schnell verdoppeln konnte. Und ich konnte den Einsatz rausholen und den Rest laufen lassen. Und naja, laufen heißt in dem Fall dann eher abstürzen. Und schauen wir mal, das denken wir schon. Aber das ist natürlich einfacher, wenn man vorher mal was mitgenommen hat. Ich habe das auch nicht bis zuletzt ausgereizt. Ansonsten, weil ich ja nicht so irgendwie so Trends großartig hinterherlaufe, sondern ja auch relativ gesettelt bin, was insgesamt mein Portfolio ist. Und wenn ich im Zweifelsfall eher mal sage, ach, was mache ich jetzt noch? Kaufe ich mal eine Nestlé nach oder kaufe ich mal eine Pepsi nach? Oder wenn ich ja irgendwie zu viel Geld rumfliegen habe, bin ich da nicht so anfällig für. Ansonsten habe ich natürlich viele Unternehmen lange im Portfolio. Und wenn man von denen auch häufig schon was gelesen hat auf dem Kontoauszug, ja, häufig eine Dividende bekommen hat und auch sonst das Unternehmen sich gut entwickelt hat, dann ist das natürlich so, dass man eine gewisse positive Bindung hat. Aber ich bin ja kein High Conviction Investor, sondern habe da eher die Breite mit insgesamt 100 Positionen im Portfolio, sodass ich da also auch nicht so diese riesige emotionale Bindung habe. Es gibt natürlich einige Unternehmen, die sind einem näher, einfach so von der Story. SIX beispielsweise ist so eine Firma, Frostab ist so eine Firma, das sind dann eher mal Small Caps. Bei anderen Unternehmen fremdelt man vielleicht auch eher, weil da sagt man, okay, also diesen Bereich muss man abdecken. Das ist bei mir so dieser Pharma-Bereich, da habe ich Glück gehabt, dass ich irgendwann in diesen Pharma-Bereich mal Novo Nordisk einsortiert habe. Und das hat sich natürlich dann entsprechend gut über die letzten Jahre entwickelt. Aber naja, mit der Bindung ist das nicht so und wie in jedem Portfolio gibt es natürlich auch da ein paar Werte, bei denen man nicht so glücklich ist. Ja, also ich habe bei einer Fresenius das Glück, dass ich lange genug dabei bin, dass das jetzt für mich kein Debakel ist. Eine 3M macht sicherlich momentan auch nicht Spaß. Und bei einer Porsche Holding muss ich halt wirklich sagen, da habe ich halt bislang nicht den glücklichen Case gehabt. Ich habe damals auf die Porsche-Aktie kurzfristig beim Börsengang gesetzt bei der Zuteilung. Ich habe gedacht, es gibt Zeichnungsgewinne. Die Zeichnungsgewinne gab es nicht. Folglich bin ich mit einem Mini-Gewinn dann raus und anschließend ist die Porsche-Aktie durchgestartet. Aber die Porsche Holding, also wahrscheinlich meine verwegenste Spekulation und Position überhaupt, die geht weiter runter. Jetzt kann man immer sagen, der Markt zieht das nicht und der Discount wird immer größer. Fakt ist, ich muss einfach für mich akzeptieren, das Szenario, der Case, den ich hatte, ist nicht aufgegangen bislang, sondern hat sich eher in die falsche Richtung entwickelt. Die fundamentalen Basics sind halt für mich nach wie vor da, deshalb haue ich es nicht raus. Aber ist natürlich etwas, was jetzt nicht wirklich Freude macht. Ja, absolut, kann ich nachvollziehen, ja. Dafür hast du Sixt eben angesprochen und Sixt ist ja auch so ein wahnsinnig guter Dividendenwert. Den haben viele gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber Sixt ist ein super Dividendentitel. Ja, Sixt ist ein Dividendenwert, der innerhalb der letzten zehn Jahre bei der Stammaktie fast den kompletten Kaufpreis von vor zehn Jahren eingespielt hat, durch die Dividenden und Sonderdividenden. Bei der Vorzugsaktie sogar mehr als den Kaufpreis von vor zehn Jahren. Aber man hat es natürlich nicht so als Dividendenaktie auf dem Schirm, weil es auch immer wieder halt bei Sixt Phasen gab, wo es keine Dividende zu kassieren gab. Es ist halt ein hochzyklisches Geschäft von Corona extrem getroffen. Es gab zwei Jahre Dividendenausfall, aber man hat halt diese Corona-Zeit wirklich vom Management her richtig, richtig gut genutzt. Erst, dass man gesagt hat, alle Schotten dicht, Sicherheit, ja, Liquidität in Sicherheit bringen, gucken, dass man da irgendwie durchkommt. Und dann, als absehbar war, es würde dieses Reopening geben, haben sie halt massiv investiert in die Verfügbarkeit von Fahrzeugen und auch in neue Stationen, gerade in den USA, wo man richtig Marktanteile dazugewonnen hat, wo man an den Flughäfen die Präsenz deutlich erhöht hat. Ja, und da ist halt in den Abschlüssen insbesondere dann des letzten Jahres auch zu erkennen, wie man da Vollgas gegeben hat. Und das ist eine sehr, sehr gute Management-Story. Darüber hinaus auch, was auch keine Selbstverständlichkeit ist, ein Beispiel für einen 100% geglückten Generationswechsel, richtig. Vom Vater Erich Six auf die Söhne Alexander und Konstantin. Ja, genau. Also, das heißt, das ist nicht dieser LVMH-Case. Oder vielleicht, ich weiß nicht, hast du die Serie Succession so ein bisschen mitverfolgt? Da geht es ja im Wesentlichen auch, dass dieser Medienpatriarch dann seine Kinder so ein bisschen gegeneinander ausspielt. Vielleicht sollte man das nicht unbedingt so machen. Ich glaube, da ist Six ein bisschen solider unterwegs. Ja, ja, das ist natürlich bei Arnaud mit sechs Kindern schwieriger als bei Six mit zwei Kindern. Aber wie Erich Six das gemacht hat, ich meine, die haben ja die beiden Söhne von der Pike auf im Unternehmen mitgearbeitet. Die sind nicht einfach so in den Vorstand reingekommen, sondern sie haben sich das wirklich erarbeiten müssen, haben im Vorstand dann gemeinsam mit dem Vater gesessen. Und dann ist der Vater halt rausgegangen und jetzt führen sie das als CEO und Co-CEO. Und das ist schon beeindruckend, weil wir sehen halt auch Fälle, in denen das nicht so gut geklappt hat. Also, bei vielen Mann war das sicherlich nicht so reibungslos, was natürlich auch am extremen Age Gap, an diesem Altersunterschied zwischen Vater und Sohn lag. Der Vater ist schon sehr alt, der Sohn noch sehr jung. Und da war sicherlich im Übergang so eine gewisse Rumpelphase, wo man vielleicht zwei, drei Jahre lang keine optimale Managementstruktur hatte. Und das merkt man dem Unternehmen halt heute auch an, weil von der Wachstums- und Ertragsqualität früherer Jahre ist vielmehr weit entfernt. Und das alles jetzt bei Corona oder Ukraine oder Energiekrise, Inflation abzuschieben, ist ein bisschen einfach. Sondern da sind sicher auch hausgemachte Probleme mit dabei. Wer übrigens nochmal nachschauen will, wie Sixt in den letzten Jahren dividendentechnisch performt hat, dem empfehle ich definitiv deine diesjährige Dividendenstudie. Ich hänge den Link auch nochmal unten rein in die Videobeschreibung. Leute, könnt ihr dort auf jeden Fall alles nochmal nachlesen. Ich möchte jetzt auch nochmal so ein paar Punkte ansprechen, die mir in deiner diesjährigen Studie, die ich wieder mit sehr großem Genuss konsumiert habe, aufgefallen sind, Christian. Und zwar habe ich den Eindruck, dass viele Unternehmen im Zuge der allgemeinen Unsicherheit ein bisschen knauseriger geworden sind und insbesondere die etwas kleineren Unternehmen. Also würdest du das tendenziell bestätigen? Ja, wir haben das allerdings immer schon gesehen. Also die Zahlungsmoral in Anführungszeichen deutscher Unternehmen ist positiv korreliert mit dem Indexniveau, um das mal so ein bisschen wissenschaftlich auszudrücken. Will heißen, im DAX ist man eigentlich schon recht breitwillig dabei zu zahlen, was natürlich auch daran liegt, man hat dort institutionelle Investoren, internationale Aktionärsbasis. Und da brauchst du schon sehr gute Argumente, wenn du da keine ordentliche Partizipation am Gewinn auszahlen willst. Aber im MDAX und dann auch im SDAX ist man da deutlich vorsichtiger. Auch trotz Gewinn hat man da teilweise die Ausschüttungsrendite, die Ausschüttungsquote runtergenommen. Beziehungsweise manche Unternehmen haben halt dann auch gar nicht mehr gezahlt. Die Immobilienunternehmen, ja, die müssen das Geld zusammenhalten. Oder im Bereich erneuerbarer Energien, Enkaves hat halt auch einen 180-Grad-Schwenk gemacht, was die Dividendenpolitik angeht. Vorher zehn Jahre lang Dividende in Serie erhöht. Und dann plötzlich gesagt, also Dividende hindert uns am Wachstum, weil wir brauchen das Eigenkapital in der Firma. Wir wollen nicht am Ende sagen, ja, den und den Paar konnten wir nicht realisieren, weil wir zu wenig Eigenkapital hatten. Deshalb einfach mal die Dividende komplett rasiert. Damit muss man natürlich auch sagen, verscherzt man sich es mit einem Teil von Investoren. Jeder renditeorientierte Investor geht raus, beziehungsweise so Stiftungen oder so, die müssen dann auch rausgehen, weil die das ja teilweise in ihren Statuten stehen haben. Dafür hast du nur noch Wachstumsinvestoren drin. Das heißt also irgendwie so ein bisschen die Aktionärsbasis durchgemischt. Das sorgt dann auch für Rumpeln. Aber deine Beobachtung ist ganz klar. Man muss halt auch sagen, bei den kleineren und mittleren Unternehmen haben wir halt mehr Problemfälle, mehr Unternehmen, die auch von der Energiekrise und von Lieferketten-Disruption im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine getroffen worden sind. Während das die DAX-Unternehmen vielfach ausgleichen konnten, entweder durch internationale Aufstellung oder durch entsprechende Anpassung ihres Segments. Paradebeispiel dafür natürlich Mercedes, die halt gesehen haben, ups, es gibt nur noch wenig Chips, naja, dann bauen wir halt die Autos, die die meiste Marge haben. Und so sind sie dann irgendwie zum Luxushersteller geworden vom Premium-Automobilkonzern. Und das spiegelt sich in den Dividenden wieder. Wobei auch da man bei den Autos sagen muss, Volkswagen, BMW, Mercedes, die haben alle erkleckliche Beträge und saftige Erhöhungen über die letzten zwei Jahre geliefert. Aber wenn man das mit Blick auf die Ausschüttungsquote betrachtet, sind wir da immer noch unter 40 Prozent im Durchschnitt. Das heißt also, diese Ausschüttungsquoten sind nach wie vor maßvoll. Und gleichzeitig sollte jeder Anleger wissen, Autoindustrie ist zyklisch. Wenn es da Bremsspuren gibt, dann werden die Aktionäre das zuallererst bei der Dividende spüren. Ja, ich habe mir dazu auch eine Frage notiert, weil mir ist nämlich auch aufgefallen, dass die Dividendenerhöhungen gerade bei den Autobauern recht stark waren. Also BMW, ich glaube, das waren plus 47 Prozent, VW auch plus 16 Prozent. Also das war alles super. Aber die Autobranche ist doch gerade in einem super großen Transformationsprozess drin. Eigentlich müsste man doch sagen, hey Leute, ihr braucht wahrscheinlich die Kohle auch im Unternehmen. Ihr müsst ja investieren. Also ist das, wie beurteilst du das? Naja, man würde das schon sagen in diesem Transformationsprozess gleichzeitig. Also wie gesagt, wenn wir Ausschüttungsquoten haben von 40 Prozent, bleibt halt immer noch genügend im Unternehmen drin. Und Transformation, das sollte man auch nicht vergessen, ist nicht nur eine Frage von Geld. Also es ist ja nicht so, dass die Transformation Richtung E-Mobility oder nachhaltige Mobilität, wie auch immer man das nennen wird, alternative Antriebe oder was da alles so für Narrative, herumschwirren, dass die einfacher gelingt, wenn du jetzt ganz viel Geld hast. Also du darfst nicht zu wenig Geld haben, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass Daimler oder BMW die Elektrostrategie doppelt so gut umsetzen würden, wenn sie doppelt so viel Kapital haben. Weil da reden wir auch über Verfügbarkeit. Wir reden über Verfügbarkeit von Batterien. Wir reden über Verfügbarkeit sonstiger Komponenten. Und wir reden auch über Verfügbarkeit an Know-how, insbesondere im Bereich der Softwareentwicklung. Und dabei hilft Geld halt auch nur begrenzt. Also du kannst, wenn du da 5 Milliarden rumliegen hast, kannst du dir auch nicht 2000 Programmierer backen. Ja, du musst sie auch erst irgendwo herholen. Und wenn du keine Unternehmenskultur hast, dass die wirklich zu dir kommen wollen, dann kommen die nicht, weil die können noch woanders arbeiten. Also insofern, man muss auch aufpassen, dass Kapital nicht immer in Hülle und Fülle vorhanden ist. Das ist, wir haben das gesehen in den letzten Jahren, wo ja in vielen Unternehmen, also vor allen Dingen so Venture Capital mäßig, wahnsinnig viel Geld da war. Ja, wo Kapital im Überfluss da war, wo sich Unternehmen um Finanzierungen beworben haben. Und dann kam der Herr Son von Softbank und hat gesagt, hey, du willst 200 Millionen, ich gebe dir 400 Millionen, aber nur, damit du dann doppelt so schnell wächst. Und dann haben sie natürlich alles, was irgendwie denkbar war, auch gemacht. Und es wurde unglaublich viel Geld verbrannt. Das heißt, wenn man also so eine gewisse Kapitaldisziplin im Unternehmen hat, strahlt das auch auf Managemententscheidungen aus. Du kannst nämlich nicht mehr A, B und C gleichzeitig umsetzen, sondern du musst dich entscheiden, A oder B oder C, was natürlich zu einer besseren Evaluierung von solchen Prozessen führen wird. Und insofern sage ich ja immer, also Dividenden können durchaus auch nach innen für das Unternehmen wichtig sein, weil man eben Kapital als wertvolle, weil eben nicht quasi unbegrenzt vorhandene Ressource widerschätzt. Ja, das denke ich auch. Also sehr, sehr guter Punkt. Die größte Errungenschaft, dass wir jetzt wieder aus dieser Nullzinswelt raus sind, ist, glaube ich, dass die Unternehmen genau darüber nachdenken, was du sagst. Also wir haben nicht unbegrenzt Kapital. Kapital kostet wieder Geld. Und jetzt müssen wir uns wirklich überlegen, welche Investitionen rechnen sich wirklich. Also ich glaube, dass das auch sehr positiv ist für die Volkswirtschaften, dass nicht mehr jede Startup, Entschuldigung für den Ausdruck Bumsbude, einfach dann durchfinanziert wird mit einem Geschäftsmodell, was sowieso komplett bescheuert ist. Also ich glaube, da findet auch eine Bereinigung statt. Aber auf der anderen Seite, die Downside, sage ich jetzt mal, ist, dass wir ja sehr starke Zinserhöhungen haben, also beziehungsweise sehr schnelle Zinserhöhungen. Das ist so schnell ging wie noch nie. Und das hat natürlich jetzt die Immobilienunternehmen sehr, sehr hart getroffen. Also das sind auch diejenigen Unternehmen oder diejenige Branche, die jetzt in der Dividendenstudie, das hat man schön gesehen bei dir, da einfach große Probleme haben. Zahlungsausfälle bei der Dividende. Genau, wie siehst du da die Branchenentwicklung? Naja, also ich habe ja in der Studie auch einen Chart drin, Vonovia versus Rendite von Bundesanleihen. Und da sieht man, das läuft über die letzten zehn Jahre ziemlich genau entgegengesetzt. Sinkende Zinsen haben den Vonovia-Kurs in immer neue Höhen katapultiert. Dann haben die Zinsen irgendwie so einen Boden ausgebildet im negativen Bereich. Den hat die Vonovia dann ausgebildet jenseits von 40. Dann sind die Zinsen rasant gestiegen und die Vonovia ist ähnlich rasant gefallen. Und da dann sieht man halt, naja, also natürlich sind das am Ende Immobilienunternehmen. Aber zunächst mal ist es halt ein sehr, sehr starker Fokus auf Financial Engineering. Darauf, dass man Kapital möglichst effizient einsetzt. Dass man irgendwas hochschreibt, um sich wieder neue Masse zu besorgen, um wieder was zu finanzieren, wieder was neu einzukaufen. Und da ist halt eine Vonovia ein bisschen groß geworden. Und das müssen sie jetzt konsolidiert kriegen. Da haben sie viele Schulden und da haben sie auch viele Baustellen im Konzern. Aber ist der Sektor jetzt eher eine Kaufgelegenheit? Oder wird es da weiter ungemütlich bleiben bei den Kursen? Also solange die Zinsen nicht wieder sinken, wird es natürlich ungemütlich bleiben. Weil man muss einfach mal sehen, was sich für eine Vonovia auch zahlungswirksam da ändert. Also jetzt Ende diesen Jahres läuft beispielsweise eine 500 Millionen Euro Anleihe von der Vonovia aus, die vor fünf Jahren begeben wurde, 2018. Damals hat die Vonovia darauf einen Zinssatz von unter einem Prozent gezahlt. Aktuell ist die Rendite von fünfjährigen Vonovia-Anleihen am Markt zwischen 5,5 und 5,8 Prozent. Das heißt, du hast also rund fünf Prozentpunkte mehr in der Refinanzierung. Aber du hast ja nicht mehr Rendite auf die Objekte, sondern im Gegenteil. Du hast noch dieses Damoklesschwert der ökologischen Sanierung. Du hast immer noch die Frage, wie ist das wirklich mit der Weitergabe von Kosten aus dem Energiebereich, die vielleicht diesen Winter dann doch höher waren, als man angenommen hatte. Da werden wir mit den Nebenkostenabrechnungen dann auch 2024 auch noch einiges sehen. Also insofern, ja, natürlich erscheint eine Vonovia inzwischen relativ günstig. Aber Unternehmen müssen halt gucken, dass sie ihre Refinanzierung immer wieder hinkriegen. Und das ist herausfordernd. Vonovia hat jetzt schon einen Verkauf gemacht, einer Portfoliobeteiligung in Süddeutschland. Das sind richtig gute Wohnungen gewesen. Und selbst da mussten sie einen Abschlag auf den Buchwert hinnehmen. Kann man negativ sehen. Man kann es auch positiv sehen. Man kann auch sagen, ja, immerhin, sie haben wieder was verkauft gekriegt. Und es scheinen also die Assets doch da zu sein. Also das ist ein heißes Ding. Ich fühle mich insgesamt im Bereich der Immobilienaktien sehr wohl mit ETFs global aufgestellt, weil da auch eben nicht nur deutsche Wohnungen drin hängen, was natürlich auch noch politisch ein hochsensibles Thema ist, sondern da hängen dann auch amerikanische Logistikzentren drin, Hotelimmobilien, Shoppingboards und Ähnliches. Wobei man bei allen Immobilienaktien ganz klar sagen muss, da sind sehr viele Financial Engineering getrieben. Und solange wir nicht absehen können, dass Zinsen zumindest jetzt ein Plateau ausbilden und nicht mehr weiter steigen, werden es Immobilienaktien verdammt schwer haben. Also wäre da mit dem Sparplan alles fein. Aber ansonsten ist das schon eine heiße Spekulation, wo ich selber mit einem sehr, sehr langfristigen Fokus dabei bin, dass die Deutsche wohnen. Aber das ist halt wirklich auch nochmal eine Sondersituation durch den Anteilsbesitz der Vonovia. Also das ist eine heiße Kiste für Leute mit Zeit und ein Faible für Spezialwerte. Okay, also da noch ein bisschen Vorsicht walten lassen oder lieber nochmal ganz, ganz genau hinschauen, wenn es einem da in den Fingern juckt. Apropos in den Fingern jucken. Ich bin ja überhaupt nicht dividendenaffin, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das heißt, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen, also eine Ausnahme, sage ich mal, also im Vergleich zu der relativ großen Community der Privatanleger, die ich als sehr dividendenaffin insgesamt wahrnehme, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Aber ich überlege tatsächlich mit meinem Cash, was ich habe, jetzt auch nochmal in die ein oder andere Aktie reinzugehen, die auch da so ein bisschen besser aufgestellt ist in puncto Dividende. Und hättest du da vielleicht zwei, drei kleinere Geheimtipps, Hashtag keine Anlageberatung, aber welche Aktie könnte ich mir da anschauen, die vielleicht aus deiner Sicht interessant sein könnten für mich? Also Geheimtipps habe ich überhaupt nicht, weil es Geheimtipps nicht gibt. Und zweitens ist das mit den Tipps immer so eine Sache, weil ich weiß ja gar nicht, was du sonst so im Portfolio hast, wie du denn aufgestellt bist. Ja, da reden wir darüber, wie bist denn du geografisch aufgestellt? Wie bist du aufgestellt, was Sektoren angeht? Ja, also wenn jemand überhaupt keine Technologieaktien hat, dann kann man natürlich auch aus einem Fokus von Dividendenwerten, was weiß ich, eine Texas Instrument, eine Broadcom sich mal anschauen. Aber wenn man sowieso schon ein Nasdaq ETF oder andere Tech-Werte, Halbleiterwerte, sonst was hat, dann braucht man es nicht. Also ich bin da immer sehr, sehr skeptisch und wundere mich, wie leicht da immer irgendwelche Dinge rausgehauen werden. So, hey, das ist eine super Dividendenaktie. Ob die jetzt in das eine oder andere Portfolio wirklich reinpasst, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, dass man gucken sollte, ob das Gute wirklich auch immer in der Ferne liegen muss oder ob das nicht auch sehr nah liegen kann. Also zum Beispiel, es gibt Branchen, bei denen kommt man nicht darum herum, dass man im Ausland investiert. Wir haben nun mal keinen deutschen Luxushersteller, abgesehen von Porsche. Das ist halt ein sehr spezielles Szenario. Und Hugo Boss, nein, es ist ein Herren-Oberbekleidungsunternehmen, aber keine Luxusmarke. Da muss man nach Frankreich gehen. Da hat man eine Hermes, da hat man eine LVMH, da hat man eine Kering. Für Pharma, wirklich von Weltrang, muss man auch ins Ausland gehen. Zumindest nach Frankreich, nach Dänemark oder nach Großbritannien, in die Schweiz oder eben dann in die USA. Was Nahrungsmittel angeht, Coca-Cola, Pepsi-Cola, General Mills, Nestlé, ja, ist man sowieso im Ausland. Dann kann man natürlich bei so ein paar Themen wie zum Beispiel Versicherern nutzen, dass wir da tatsächlich führende Unternehmen im Land haben. Da kann man mit einer Allianz oder einer Münchner Rück sicherlich einen ganz guten Grundstein aufbauen. Was Telekommunikation angeht, frage mich auch, warum soll ich da mir irgendwie eine AT&T und irgendwas Kompliziertes anschauen im Ausland, Tele-Noor, Vodafone. Wenn ich doch sehe, wir haben wieder mit der Deutschen Telekom hier ein Unternehmen, was richtig gut geführt ist inzwischen, was auf zwei starken Beinen dies und jenseits des Atlantiks steht, nämlich hier Telekom und drüben T-Mobile US, was eine sehr solide Dividendenpolitik inzwischen wieder hat. Deutsche Post, auch ein bei Dividendeninvestoren geschätzter Wert als Zykliker fürs Portfolio. Da ist man dann bei deutschen Werten sicher ganz gut aufgehoben. Aber wichtig ist vor allem die sektorale Diversifikation, egal was ich für ein Portfolio mir zusammensetze, da eine gewisse Breite zu haben. Wenn ich jetzt ein reiner High Conviction Investor bin, der also sagt, hey, ich habe immer genau die zehn Aktien im Portfolio, von denen ich davon ausgehe, dass sie jetzt auf sich der nächsten sechs Monate den Markt schlagen und sowas. Ja gut, dann mag das vielleicht egal sein. Aber auch der wird tendenziell etwas breiter gucken und wird jetzt nicht sich einem Sektorrisiko ausliefern wollen, weil da ja auch politische Themen reinspielen, wie bei erneuerbaren Energien. Ja, wir haben das gesehen in der Verbio. Das mag ein tolles Unternehmen sein, wenn dann irgendwo die Politik wieder was an der Förderung ändert. Zack, stellt sich gleich die Frage, ist der Investment Case noch intakt? Also insofern Vorsicht mit den heißen Tipps. Ja, okay. Also das heißt, du würdest auch im Bereich KI, das ist ja auch gerade so ein Megathema, was durch sämtliche Medien geht, wo alle durch ChatGBT erstmals so richtig wahrgenommen haben, wie groß dieses Thema ist und was für einen massiven Impact künstliche Intelligenz auf unser Wirtschaftsleben haben kann. Ja, also das heißt, dort bist du jetzt auch nicht so, dass du sagst, die Branche ist brandheiß und da muss man jetzt die Aktie, die Aktie, die Aktie haben. Ja, also was brandheiß ist, das wirkt natürlich eine große Gefahr, dass ich mir die Finger verbrenne. Ja, das zeigen alle Themen, also alles, was gerade heiß diskutiert wird, alles, worüber in den Medien gesprochen wird, worüber jetzt Produkte kommen, ist immer so ein Ding, dass es overhyped ist, dass es ein ganz schlechter Zeitpunkt ist, dass das Risiko extrem groß ist, dass man sich damit die Finger verbrennt und viel Geld verbrennt und das Ganze ist übrigens nicht nur einfach jetzt so eine Behauptung von mir, da gibt es jetzt neuerdings sogar eine Studie zu, nämlich die University of Ohio hat sich in den USA mal angeschaut, wie so frisch aufgelegte Themen und Branchenfonds abschneiden und die ersten fünf Jahre sind sie risikoadjustiert 30 Prozent im Minus und das liegt nicht daran, weil die Fonds zu teuer sind oder weil sie schlecht konstruiert sind, sondern weil sie am absoluten Peak aufgelegt werden, nämlich immer dann, wenn gerade jeder darüber spricht, dann versuchen die Banken, versuchen die Fondsgesellschaften, irgendwas davon abzugreifen, ja, legen dann ein Produkt auf, das wird gut abverkauft und wird dann anschließend so eine Depotleiche, so ein Mahnmal. Also nein, ich fühle mich bei KI total gut aufgehoben mit Microsoft, glaube auch, dass Alphabet, die bei mir eine kleinere Position ist, deutlich keiner als Microsoft, dass es da auch sicherlich noch nicht die Messe gelesen ist, da wird es auch was geben, auch Amazon soll ja das ein oder andere im KI-Bereich haben, mit einem Chip-ETF ist man ja auch mit dabei und ja, wenn man Spaß an diesen Spezial-Stories hat, dann fein, aber man sollte vielleicht auch die eine oder andere Lehre dann so aus 2021 nehmen und da auch dann wirklich mal auf Bewertungen gucken und also Unternehmen, die nur auf geschätzte Kurs-Umsatz-Verhältnisse fürs Jahr 2030 halbwegs günstig erscheinen, sind einfach zu teuer. Ja, absolut. Gerade in der gegenwärtigen Zeit, wo jetzt, wie gesagt, der Zins auch wieder zurückkommt und halt Cashflows, zukünftige Cashflows wieder halt abgezinst werden müssen mit einem vernünftigen Diskontierungssatz. Christian, mega spannend. Eine Abschlussfrage hätte ich noch. Und zwar, ich weiß, dass du, wir kennen uns ja schon relativ lange und ich weiß, dass du schon in der Nullzins-Welt ein großer Kritiker von dem Spruch warst, Dividenden sind der neue Zins. Aber ich wollte jetzt trotzdem noch mal darauf abheben, ob Anleihen für dich in deinem Portfolio, der, also ich würde jetzt mal behaupten, dass dein Vermögensaufbau komplett abgeschlossen ist, dass du eher in der Phase der Vermögensnutzung bist, sind Anleihen da für dich eigentlich auch ein wichtiger Baustein und werden die jetzt wieder spannend für dich? Ja, jetzt sind sie es wieder geworden, ja, weil ich einfach Geld, was ich aktuell nicht brauche, was ich auch nicht anderweitig einsetzen möchte, da gerade am kurzen Ende sehr schön parken kann. Ja, also ohne Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche Beträge der Einlagensicherung, wenn mir also die Bundesrepublik Deutschland, die ich immer noch als relativ wirklich sichersten Schuldner wahrnehme, auf ein Jahr so knapp drei Prozent zahlt und ich dann auch noch die Wahl habe, das so zu staffeln, vielleicht hier mal neun Monate, da mal zwölf Monate, da mal 14 Monate, ist das eine tolle Sache, weil ich habe bei diesen kurzfristigen Papieren ja kein Zinsänderungsrisiko großartig durch die kleine Laufzeit, so dass, wenn ich ja so eine Okkasion habe, ich das auch immer relativ schnell veräußern kann. Ja, ich sehe da wirklich die großen Chancen im kurzfristigen Bereich für denjenigen, der Geld parken möchte, bevor man das Geld irgendwie so auf die Reise schickt, ja, durch ganz Europa zu irgendwelchen Festgeldanbietern, ja, um irgendwann herausfinden zu müssen, ob die europäische Einlagensicherung nicht nur auf dem Papier funktioniert, sondern ob sie wirklich auch effizient funktioniert und schnell, nämlich wenn man die Kohle braucht. Ach nein, da habe ich einfach keine Lust drauf. Da sage ich, da ist es im Depot besser aufgehoben als Schuldtitel der Bundesrepublik Deutschland mit gutem Zins. Jeder muss für sich immer selber natürlich entscheiden, ob man eine solche risikofreie Portfolioposition braucht. Wer jetzt wirklich klassisch Vermögensaufbau macht, braucht sie meiner Ansicht nach jenseits des Notgroschens nicht. Wer aber ein bisschen arrivierter ist, wird das machen wollen, vielleicht in einem Rebalancing-Modell, vielleicht auch, weil man sagt, naja, es kann sich ja doch mal irgendwo eine gute Gelegenheit ergeben. Der eine sieht sie am Aktienmarkt, der nächste guckt halt vielleicht mal am Immobilienmarkt. Das ist was, wo ich mich auch immer nochmal nebenbei tummle. Oder man sieht vielleicht mal was am Kunstmarkt, ja, wo man einfach sagt, hey, da ist Cashfreiheit, aber das ist dann ein anderes Thema. Ich glaube auf jeden Fall, dass Anleihen eine interessante Asset-Klasse sind. Im risikofreien oder sagen wir risikoarmen Teil des Portfolios, in diesem Return of the Money Portfolio, also wo es darum geht, dass das Geld zurückkommt, würde ich persönlich halt wirklich auf die kurzfristigen Bundesanleihen setzen, maximale Sicherheit, vielleicht noch gute kurzfristige Unternehmensanleihen. Alles andere ist auch wieder spannend, also insbesondere Hochzinsanleihen, wie sogenannten High Yields oder Junk Bonds, da winken attraktive Rendite, 7 bis 8 Prozent. Die muss man mit Aktien auch erstmal machen über die Zeit. Es kann sein, dass wenn der Dollar schwächelt, auch vielleicht Emerging Markets Anleihen wieder interessant werden. Auch das sicherlich so eine Beimischung, die man in größeren Portfolios machen kann. Aber ganz klar ist, sowohl High Yield als auch Emerging Markets Anleihen ist nicht Return of the Money. Das sind keine risikoarmen Positionen, sondern das sind Performance Positionen. Da reden wir über Return of the Money. Absolut. Christian, ganz lieben Dank für deine Insights. Eins würde ich gerne noch ganz kurz loswerden, weil wir am Anfang so viel gesprochen haben über Community und das, was da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertrieben wird, ein bisschen religiös ist. Man unterhält sich immer sehr, sehr viel über Fehlentwicklungen, über Gefahren, man warnt gerne. Aber ich glaube, wir sollten dieses Video nicht beenden, ohne uns auch mal darüber zu freuen, dass es überhaupt so aktive Communities gibt auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu dieser Aktionärswelle damals im neuen Markt vor über 20 Jahren, die ich ja auch mitgekriegt habe, dass heute so viele Menschen wirklich rational versuchen, versuchen an die Sache ranzugehen und auch sich gegenseitig rational und nicht Interessen- oder verkaufsgeleitet zu unterstützen, sich bei Entscheidungen zu helfen, sich Mut zu machen und sich auch zu motivieren. Und deswegen jeder, der da heute hingeht und sagt, hey geil, ich habe schon wieder 1,20 Euro Dividende von McDonalds bekommen, der hat keine Häme verdient, sondern absoluten Daumen nach oben, auch wenn man 500 Euro oder 2.000 Euro Dividende von McDonalds bekommen hat. Weil derjenige, der heute die 1,20 bekommt und der weiter spart in Aktien und der einfach dabei bleibt, das ist derjenige, der in 30, 40 Jahren die 500 Euro oder die 1.000 Euro Dividenden bekommt. Und das ist gut, wenn man sich da gegenseitig motiviert. Und diese schöne Erfahrung, die sollten wir natürlich auch mal ganz, ganz deutlich hervorheben. Ja, definitiv. Also ich finde das ganz großartig, was sich für eine aktive Privatanleger-Community gebildet hat. Ich glaube, bei uns kam wirklich so etwas wie eine echt vitale Börsenkultur hier auf. Und ich glaube, da hast du auch einen wesentlichen Anteil daran, als eines der Gesichter, die dafür gesorgt hat, langjährig, viel länger als ich und andere, dass hier eine vernünftige Aktienkultur sozusagen keimen kann. Und insofern finde ich das ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Und ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es, für heute zumindest. Ich würde mich extrem freuen, wenn du nochmal bei mir vorbeischaust in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich glaube, wir haben ganz viele Ansätze auch nochmal aus diesem Gespräch hier, die wir später weiter nochmal ausführen oder vertiefen können. Würde ich mich extrem freuen. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank an dich, lieber Timo. Und natürlich vielen Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer für eure Zeit. Danke. Bis bald. Danke dir, Christian. Das war mein Gespräch mit Christian Röhl. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich hat auch wieder eine ganze Menge drin gesteckt, meiner Meinung nach. Also ich fand es sehr, sehr gut, dass Christian das so pointiert auf den Punkt gebracht hat. Man darf es halt einfach nicht übertreiben. Auch mit dieser Fetischisierung des passiven Einkommens. Ja, also das heißt, dann wirklich Aktien auszusuchen, nur weil man in der Kalenderwoche 24, 25, 26 dann noch irgendeinen Ausschütter braucht. Also es sollte sich halt einfach organisch, möglicherweise dann auch zufällig ergeben. Ja, also wenn irgendwann das Depot dann auch groß genug ist, hat Christian ja ausgeführt, dann passiert das sowieso von selbst. Aber das bringt mich jetzt zu meiner Frage, die an dich rausgeht. Und zwar, wie hältst du es denn eigentlich mit dem Thema passiven Einkommen, mit dem Thema Dividendenkassieren? Ja, also mir zum Beispiel ist das ja in meiner Anlagestrategie überhaupt nicht wichtig. Ja, aber wie gesagt, ich will dich jetzt auch nicht beißen oder so. Ich möchte jetzt einfach nur wissen, wie sieht das denn bei dir aus? Schreib mir dazu doch bitte ein bisschen Feedback in den Kommentaren, auch wie du dieses Video hier fandest. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video dann schon wiedersehen. Ich wünsche dir bis dahin auf jeden Fall alles Gute.